Inspiriert von der schönen Sendung über die Wittelsbacher im bayerischen Fernsehen, möchte ich heute einmal ein Stück spielen, das hat der Herzog Max komponiert, die Amalie im Volka. Amalie hieß auch seine Mutter, wie auch die Königin von Griechenland, die Frau Gemarin vom König Otto. Amalie im Volka 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 Amalie im Volka